Marco Marien war wahrscheinlich eines der aufstrebendsten Talente überhaupt. Kaum ein Verein in Europa hatte ihn damals nicht auf dem Zettel. Am Ende entstand eine der kuriosesten Karrieren überhaupt. Satte zwölf verschiedene Vereinswappen trug der Wirbelwind auf der Brust. Vor allem Bremen- und Gladbach-Fans werden nur gute Erinnerungen an ihn haben. Zuletzt ließ er seine Karriere in Budapest ausklingen. Nach seiner aktiven Karriere begann Marien im Sommer 2021 neben seinem Sportmanagementstudium in Nürnberg als Leiter der Scouting-Abteilung und Kaderplaner seines Herzensvereins Roter Stern Belgrad zu arbeiten. Im Interview mit Werder.de schreibt er viel über seine Leidenschaft, junge Spieler zu scouten und sie auf dem Weg zum Profi zu begleiten. Er hat also seinen Weg auch nach der Karriere gefunden und wird bestimmt das ein oder andere Talent groß rausbringen, denn